Hallo meine Nacktschenken und willkommen zum ersten Trial der FFA Nuklear. Das ist jetzt die neue Serie, die auf Team Nacktschenken kommt. Wie es vom Markt schon sagt, wir versuchen hier in 3-4-All eine Nuke zu machen. Ist natürlich nicht das Einfachste für eine Nuke, aber naja. Wir spielen mit der Vespa. Und wir patrouillieren mal hier im Haus. Camper. Es wird bestimmt Tate kommen hier, Camper und so alles. Da dachte ich, das sei einer. Lappen. Oh, 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 oh. Das ist jetzt der erste Trial. Falls ich ruhig bin, ich muss mich dann konzentrieren. Sorry. Da war meine M-Watt-Aktiv-Kapper. Digger, ich hab Angst vor dem Typ mit der KM. Digger. Nein, mein M-Wu. Lappen. Alter. Wie die mich hunden. Oh mein Gott. Märkische Heide. Mein Gott, 15-0, Digga. All 5-21. Alter. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. 18 da. Ich hab echt keinen Bock mehr, Digga. Ich werd heulen, wenn ich sterbe. Oh, noch geh ich, oh mein Gott. Ich hab Zeit. Alter, ich muss mich jetzt in Kürze, Digga. Ich bin jetzt mal in München lang geruhlt. Oh mein Gott, nix, Alter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. 25er gestorben. Nein. Warum? Oh mein Gott. Kann ich in der Lobby noch ein paar Aufnahmen machen, Digga. Für die zukünftigen Folgen. Nein. 25er. Mann. Oh Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Damn. Mann, wär ich doch nicht so gepusht. Hätt ich den Nuke machen können. Na dann, schade, dass... Fast First Friday, Digga. Fast erste Folge. Ah, ich hab fast schon den Nuke gemacht im FIFA Hall. Na dann. Ah, da rein. Dank Fuck. Ja.